Warte, ich komm, ich renne dich. Er tot. He survived to level 1. Timo sieht ja geil aus. Wieso aus wie so'n Typ vom Schießstand? Jetzt nicht schießen! Du hast ne Schiebrille auf, Alter. Ist doof, dass man nicht gedrückt halten kann beim Ziel. Ja genau, das mein ich ja. Was war's denn? Ich hab so'n scheiß Rakete angeflogen. Habt ihr das nicht überlebt oder was? Das ist aber ein Witz, ey. Vor allem, du standst in der Mitte und hast überlebt. Das ist das, was mich viel mehr wundert. Welche Fähigkeiten habt ihr eingestellt? Normal. Schleicht doch noch einer durchs Wasser, guck mal da! Was ist das denn? Was ist das denn? Von mir schümmt alle durchs Wasser. Komm, 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 komm. Ohhhhhhh! So, jetzt n Witz! Mahn! Mann! Was hat der denn gerade gemacht? Hallo hier hinten! Du hast es nicht genutzt. Oh, der fang! Was machen die denn da? Werfen die sich gegenseitig hoch zu gucken? Weil mir war der Kopf schon richtig drauf. Womit? Hä? Was war... Was war das denn? Wo hast du da hingeschossen? Warst du ein Blindgänger oder was? Das hat er überhaupt nicht getroffen. Ich hab den mal gesehen. Alter! Ich wollte den gerade abschießen. Hau dir mir so ein Raquete gegen den Kopf, ey. Da! Ist das Action oder was? Mann ey, das war schlecht geschossen. Da kommt einer, da kommt die Tür links. Links, 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 links. Tür links. Da? Hm. Tod gerade? Ja, aber ich glaub unser Teammate auch. Wir halten eine andere Waffe auf. Ist deine gut? Ich weiß nicht, ich muss nachwarten vielleicht. Und jetzt. Echt? Na ja. Da links? Da. Überall! Egal an dieser Haustkante war rechts. Rechts? Ja, da ist das. Ach, genau. Ich kann dich nachladen, Timo, du hast keine Magazine für das Ding. Viel Spaß. Ich komm hier nicht raus. Oh, will ich auch gar nicht! Ah, Junge! Kacke! Nee, Timo. Gibt's nicht. Sowas wie Fenty Fire. So, ne? Wie hieß der? Warum hast du den getötet? Er hat mich getötet. Warte, reagiert einfach hin. Boom! Der ist rausgegangen, oder? Timo, du Profi! Bist du tot? Nee, aber du hast das Ding hochgeschmissen und es kam wieder runter. Wo kommt er denn her? Das ist ein neuer. Alles. Was hab ich erlebt noch? Haha! Hehehe! 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 Allein bereit sind? Komm her! Hehehe! Oh, die liegt gut, oder? Die liegt gut, oder? Die liegt gut, wahr Jungs? Hehehe! Was ist gegenüber? Was machst du? Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Was machen die denn? Ich seh nix! Können wir noch mal zielen? Rechtsklick. Genau. Guck mal hier sehen wir ein Navy Seal im Special Einsatz. Ja da steht echt ja noch. Was? Was? Hey RPG! Da ist dann links, da rechts. Links, rechts, raus. Und noch einer. Einen Schuss! Drei Leute! Ist mir nur ernst. Das ist ja richtig langweilig. Weil die erwarten uns doch da. Wir erwarten die auch auch da. Was ist? Geh weg jetzt! Rechts! Ja mach ich mal! Die Granate geschmissen! Ich will ja schon liegen! Hast du die Alarm knallt? Da geht einer! Da ne? Ja genau! Ich kann so nicht zählen! Waffen einsammeln! Was ist das denn? Achso! Vorsicht! Mal gucken ob da... Warte das wird was! Entschuldigung! Warum? Stimmt der nicht! Die hier ist eine Flamme! Was? Was ist das? Man kann! Jetzt gehen diese scheiße Stange da geboren oder? Man kann! Der wirft nicht in die Mitte! Der wirft irgendwo anders hin! Ich kann nur nicht sagen wo! Hat's nicht A gleich oder? Was? Hat sie aufgehängt! Kann sein jetzt in der Nähe ist oder so? Ja was wollte ich gerade sagen! Feinde in der Nähe oder so? Das wäre auf jeden Fall schlecht mit meiner HPG! Da sitzt noch einer! Was? Das gibt's doch nicht! Schieß dann die Tür rein, die da ist! Da oder Links da meinst du? Links! Da wo die auf ist! Ab! 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 Alleine, ich spoile, ich dachte, das bist du. Alter, ich war gerade noch, hatte noch was anderes in meiner Haaren zu. Aha. Alter, ich war gerade noch,